Knapp zwei Monate nach seinem Tod trauern seine Familie, viele Freunde und unzählige Fans noch immer um TV-Legende Willi Herren. Mit nur 45 Jahren stirbt der beliebte Lindenstraßen-Star in seiner Kölner Wohnung. Die Umstände sind noch immer nicht abschließend geklärt. Ein großer und vor allem plötzlicher Verlust, mit dem Tochter Alessia noch immer zu kämpfen hat. Vor allem an Tagen wie heute, denn am 17. Juni wäre Willi 46 Jahre alt geworden. Zu dem emotionalen Anlass gedenkt sie ihrem geliebten Vater mit diesen Aufnahmen, die den Reality-TV-Star und seine 19-jährige Tochter beim Singen auf einer Autofahrt oder wie hier bei einer Reise nach New York zeigen. Ich bin gerade in New York. In New York. In New York. Du kennst nie die Stadt, du kennst nie die Stadt. Dazu schreibt die ehemalige Promi-Big-Brother-Teilnehmerin, ich möchte nichts mehr als einen Anruf von dir, Papa. Rührende Worte, die zeigen, wie groß die Trauer um Vater Willi ist. Auch wenn Alessia nicht mehr mit ihrem geliebten Papa zusammen sein kann, sind es vermutlich diese schönen Aufnahmen, die den 19-Jährigen Kraft geben.